Marcel Schenk spielt Hemmeldrogl. Einen großen Applaus bitte. Und Sim Saran spielt Schlagzeug. Wir freuen uns, dass Sie alle hier sind. Ich hoffe, Sie bleiben nach dem nächsten Stück auch noch für das zweite Set. Es wird jetzt noch ein Stück von mir zu hören geben. Das hat den, ja, Thomas Zoller meinte zu, lyrischen Titel, Ein Nachmittag am See der Zeit. Ich hätte dann gerne ein paar Rückmeldungen dazu, ob Sie ebenfalls das Gefühl hatten, dass der Name des Songs unpassend ist, dazu wie er klingt. Würde ich mich gerne darüber unterhalten in der Pause. Ansonsten trinken Sie, wie gesagt, viel harten Alkohol. Und ja, bleiben Sie auch doch zur zweiten Hälfte gerne. Ja, aber es ist jetzt irgendwie peinlich für die Beine. Danke! 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 Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018